Und da sind wir auch wieder zurück zur nächsten Aufnahme. Ja, sind immer noch in der gleichen Session, denn der Start ist ja sozusagen gewesen und den nutze ich natürlich auch aus, um halt eine kleine Aufnahmesession zu starten. So, jetzt soll man mit Cloudboots gut gerüstet eigentlich auch jetzt rauskommen. Hallo, Zombie. Zombie-Fleisch, beziehungsweise Zombie-Köpfe. Hä? Warte mal, wenn ich hier durchgehen kann, das ist jetzt der hier. Kann ich denn da auch noch irgendwo durchgehen? Da gibt's auch noch was. Achso, dann gibt's diese Räume hier. Okay. Aber hier ist nix. Nein, leider nicht. Leider ja, leider nein, leider nicht. Nahrung. Guten Tag. Oh. Tschüss, Creeper. Tschüss, Zombie. Tschüss, Skelett. Warum ist hier dunkel? Und warum brennst du, Skelett? Hallo, Spinny! Äh... Gibt nicht irgendwas, was hier rein kann? Doch. Ich brauche aber nicht Spinnen finden, würde ich auch noch mitnehmen. Kann ich noch irgendwas da reinschmeißen? Ja, es geht noch mehr rein. Der blöde Creeper, der, alter der. So. Jetzt sind wir nämlich auch hier raus. Geil, wir haben das erste Ding schon gemeistert. Blatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ich hab's halt gesagt, komm, das machen wir direkt als erstes, damit wir halt was Spannendes haben. Und wenn ich sterbe, Pech. Dann hab ich halt Pech gehabt und muss dann halt die Aufnahme beenden. Wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Wow. Warum jetzt Creeper? Oh, warte mal. Nee, ist jetzt nix zwischen, ne? Hier ist so ein Bett. Ich dachte, hier wär jetzt was... Specialist. Specialist. So. Ein Spawner, ja gut, den können wir vielleicht noch hier lassen. Hi Creeper. Ha ha ha. Kann man die Dinger eigentlich mitnehmen hier, weiß das jemand? Ne, ich glaube eher weniger. Schade eigentlich, da hätte man sich so ein Portal selber machen können. Wegen dem Enderdrachen. La 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 la. Ach jo, spinn. La 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 la. Nein, spinn. Ich glaube, das wird mit uns, nächstes hier ein Date zu haben. Was? Was soll das? Tu mal, hier oben muss ich ausleuchten. La 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 la. Tu mal, hier hinter ist doch jetzt was gewesen. Da oder nicht? Genau. Was macht das da alles? Weiß auch kein Mensch. Auf jeden Fall hier stehen und nicht abgeholt zu werden. Das ist gar nicht gut. Das muss noch hier wieder weggemacht werden, beziehungsweise ausgeleuchtet werden. Nicht wo auch Platz im Inventar, sehe ich gerade. Wenn wir mal wieder durchgehen hier. Was es da rein kann. Wie kann man das Lied? Doch. Es ist eins. Es ist nicht laut genug. Können wir mal einen runterregeln auch. Das kann hier nicht rein. Schade. Irgendwas anderes. Da hier die Dinger. Ist das denn was unterschiedlich gewesen? Ach, das war Aluminium. Okay. Hallo Zombies. Oh geil. Zombies, 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 Zombies. Warten wir da oben doch immer so viel spawnen. Da frage ich mich doch ernsthaft. Warum? Ach, hier ist ein Spawner. Hey. Der kommt aber weg. Der geht mir eben leicht auf den Keks. Nice. Uha. Egal. Nein, Zombies. Einmal hier bitte Dankeschön. Und einmal bitte lächeln. Gehirne wollte ich auf jeden Fall schon mitnehmen. Gehirne, 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 Gehirne. Alles aufnehmen. Ab nach draußen damit. Und ich glaube, habe ich Platz für eine Eisentür? Die nehme ich mal mit. Die nehme ich mal mit, die alte Tür. Und jetzt können wir uns auch ein paar größere Big Packs machen. Und die nehmen wir dann halt zur Reise mit. Damit wir halt noch weiter wegkommen. Um halt sozusagen wirklich den Sinn dazu haben, dass wir ganz weit wegkommen. Ich könnte auch mal gleich noch vorbeischauen, wo die Leute sind. Aber das wäre natürlich auch blöd. Äh. Ich wollte gerade sagen, hä, warum ist denn hier ein Loch drin? Habe ich das da jetzt reingeboxt? Weiß ich nicht. So, Essen, 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 hier alles raus. Da, Gehirne. Stuffs. Ein Schild. Das bräuchte ich nicht. 21 Bücher. Den lasse ich gerade auch mal hier. Das kann eigentlich weg, oder? Oh, das meint eh Villagers. Das können wir doch erstmal weg tun. Tö mal, ich habe doch Pfeile, genau. Das sind immer hier die Leute, die das halt wieder nicht kapieren. Weil wir wollen das halt nachvollziehen, wer, wann, wo und äh, wirklich alles gemacht hat. Weil man kann den Leuten ja halt nur vor den Kopf gucken. So, wo habe ich denn noch Platz für eine Chester? Hier, komm. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Oh. Was ist los, Villager? Na, kommt rein. Machen wir die Hütte zu. D-d-d-d-d-d-d-d, etwas zu laut. Hexical Diamonds. Warte mal, haben wir eine Electric Essence? Können wir doch gleich mal vorbeischauen. Jawohl, wir haben eine Electric Essence. Wind Stuff. Dann können wir nämlich gleich hier eben Electric Stuff machen. Das wäre nämlich am schlauesten. So, den. Jetzt habe ich kein Obsidian, ne? Schade. Beziehungsweise habe ich den hier noch drin. Auch nichts Interessantes. Oh, die Charts. Die können wir gleich mal eben... Warte mal, haben wir noch irgendwo Charts? Da, Emeralds. Charts, Emeralds. Hier ist nix. So, da haben wir leider nur so was Billiges rausbekommen. Ne, warte mal. Hier sind doch welche gewesen. Die wollten noch ein paar Emeralds haben, ne? Vielleicht gibt es da ein paar gute Sachen. Komm, warte mal. Gib mal ein Bookshelf. Jetzt freu dich wie ein Keks. Und dann, ähm... Komm her, was hast du denn noch? Wie? Hallo? Herr Villager. Muss ich hier noch ein Buch kaufen, oder wat? Wollen Sie mich veräppeln, Herr Villager? Komm mal bitte über die Magic Essenzen. Genau. Ging das jetzt? Ich glaube, zu ändern oder nicht zu wissen, dass es so ging oder andersrum. Oder so, oder ich weiß es nicht. Ähm, Electric... Oh. Öh. Ich wollte Electric Stuff haben. Wo ist er? 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 Ach so, das kostet noch ein Diamantos. Haben wir. 33 Stück. Aber wo? Diamanten. Wir können mal... Hier mal eben ein Diamant... ...Giant Sword machen. Und die Hexical Essence haben wir da. Dann vielleicht noch eine... ...Chest Plate und einen Helm. Weil Diamanten findet man sowieso massig. Deswegen ist das gar kein Problem, die jetzt zu verbrauchen. Ein Stuff. Electric Essence. Dann brauchen wir die nicht mehr. Warte mal, was hat er das denn gehabt? Ah, Protection Fear und Blastfire. Alter, dann nehmen wir das doch erst. So, die lassen wir jetzt erstmal hier. Friede, Freude, Eierkuchen. Die Becks, die tun wir auch erstmal hier rein. Vielleicht eins mitnehmen. Den Quiver, den Nymva, beziehungsweise den Köcher. Wollen wir denn unsere Fäden, die Herren? Da sind sie doch. Zack. Sind nämlich hinten im Inventar drinne. Genauso, so wollte ich das haben. Alter, nimmst... Warum nimmst du den nicht da rein? Zack. Oh, Hexical Essence. Die sollten wir hierbleiben. Machen wir das mal so. Ja, ich muss sowieso gucken, wie ich mein Inventar hier passend hinstelle. Die Uhr würde ich auf jeden Fall schon hier drin haben, obwohl ich die auch so sehe. Das mache ich erst immer so und wechsle das, wenn ich in Höhlen bin, einfach. Kekse geben aber gar nicht so viel Nahrung. So, jetzt gehen wir mal mal schauen. Darf ich mal hier raus? Nein, nein, nein. Was? Gut. Okay, wir müssen noch kurz die Aufnahme stoppen. So, da sind wir auch erst wieder zurück. Ja, Fliegen ist leider nicht der Urlaub gerade. Die müssen den Server noch neu starten, aber wir machen eben noch die letzten vier Minuten Ende Gelände. Das wollen wir eben mal da hinten zu den Leuten gehen. Ich will auch, na, dann setze ich den jetzt nicht ein. Wo sind wir denn hier? Ich dachte, den kann man schön einsetzen. Und hier kann man schon was machen, aber nein. Ist der wieder nicht drinne. Nein, ich habe auch mit dem gerade gesprochen. Alter, wer hat das pink raus hingesetzt? Alter. Ernst? Pinkes Haus? Ist ja noch drauf. Akku-Zwieback. Und so was. Alter. Warum pinkes Haus? Das sind Vögel, ey. Ohne Witz. Das sind doch Vögel hier. Ich weiß gar nicht, wo seid ihr denn? Wo sind die denn? So, wir haben noch ein paar München. Und mache ich dann halt, wie gesagt, einen kleinen Cuttern. Immer noch im Dschungel? Dann sind die da. Immer noch im Dschungel. Gelb, rot, grün, blau. Oh, nicht Balou, sondern blau. Die sind irgendwo im Dschungel. Mal schauen, wo sie sind. Ah, ich glaube, ich vermute schon mal da vorne. Wat? What the fuck says es hier? So. Oh, Diamantos. Jetzt habe ich bestimmt meine Eisenspitze nicht mit. Das war klar. Ah, da ist das Diamantendorf. Da ist das Dorf. Müssen wir uns nochmal eben kurz hinbeeilen. Glock, 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 glock. So. Oh. Sind wir schon im Himmel? Jopp. So, verdammt groß, ey. Sitzt aber ziemlich hoch, muss ich sagen. La, 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 la. Gott sei Dank haben wir Cloudboots an. Und wir müssen mal was essen. Da, 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 da. Left the game, left the game, left the game, left the game. Den, den, dö, 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 dö. Gott sei Dank haben wir schon Cloudboots. Da können wir jetzt massig hochspringen und kriegen auch keinen Fallschaden. Dö, dö, dö. Dö, dö. Klopf, klopf. Lala, la, la, la. Loll. Loll. Loll, 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 loll. Loll, 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 loll. Loll, 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 loll. Die sind anscheinend hier. Loll, 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 loll. Loll, 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 loll. Vielleicht hier?